hat er nicht gefiffen und die chance für welt das ist gefährlich und der ball ist drin der ball ist drin da waren allen frei und da war auch maguire und der fehler lag drüben ganz eindeutig bei stefan reuter und hier ist er markum ellen von nordic city in seinem vierten länderspiel nein lieber mann das war ein dicker bolzen drüben an der außenlinie und mit der hand noch dran am ball aber also die flanke und da fällt ein verteidiger in den ball aber das war wirklich aus dieser perspektive nicht gut zu erkennen augenthaler und ja sehr schön das war erstens sehr schön gemacht von klaus augenthaler und zweitens wunderbar vollendet von rudy voller die ecke von möller dann kommt augenthaler hoch zum kopfball und herrlich in die ecke geschnibbelt hat rody voller den ball zum 1 zu 1 das sehen wir noch mal aus einer völlig anderen perspektive hoch geht augenthaler und flub da ist er drin 25 minuten gespielt spielt was kopfball-wärts und franz beckenbauer ja da fehlt ihr bei stein vom herzen das kann ich mir vorstelle wunderschön gemacht von den beiden kölnern Lidparski, der sich durchsetzt da drüben, hier sehen wir es, dann kommt eine saubere Flanke und die landet nach Kopfballabwehr halbherzig durch die Baliser im unteren Eck und keine Chance für Neville Southall. Nochmal, wunderschön zu sehen, das war Melville, der dann noch mit der Stirn rankam und Thomas Hessler nagelt ihn hinein, das erste Tor in der Nation.